Hallo zu Fall Guys, ein sehr sehr lustiges Partyspiel und hat auch sehr viele coole Minispiele. Es macht besonders auch viel Spaß, wenn man mit Leuten zusammenspielt und da auch noch mitfiebert, um möglichst eben halt auch weiter zu kommen, ist das Ziel. Also bis eben halt zum Finale, wo man denn um die Krone kämpft, sprich den Sieg. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man eine Krone und man kann damit in den Job lingedäre Sachen holen. Soviel kann man auch mit den Liedern und Münzen, die man sich auch ansammelt, auch Sachen in den Shop holen. In den Pass könnt ihr da auch die Sachen alles soweit auch bekommen von der Season 1 und es macht mega Spaß. Hier habt ihr erstmal ein längeres Gameplay, ein paar Sachen habe ich gecuttet, um das nicht allzu lang zu strecken bei vielen weiteren Situationen da. Und ich werde euch dann morgen auch noch ein Gameplay bringen. Dort war auf jeden Fall ein sehr, sehr schnelles Spiel. Das könnt ihr dann morgen gerne mal ansehen, wenn ihr möchtet. Ja, im Großen und Ganzen war es das erstmal soweit. Ich wünsche euch selber noch viel Spaß bei Fallgeist. Wie findet ihr das Spiel? Lasst mich ansonsten gerne wissen. Ansonsten würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein. Dann würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Oh ho ho ho! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.